In unserem heutigen Schulungsvideo möchten wir Ihnen zeigen, wie man als Schiedsrichter im neuen Einzelspielbericht den Spielverlauf erfasst. Ob Sie in Ihrem Einsatzplan bereits einen neuen Einzelspielbericht zur weiteren Bearbeitung antreffen, hängt davon ab, ob der für das Spiel zuständige Verband diese Option freigeschalten hat und die Vereine die Aufstellungen in der neuen Version freigegeben haben. In welcher Version Spielberichte existieren, erkennt man als Anwender, indem man mit der Maus über das erste Icon in der Liste der Spiele geht. Ein Tooltip zeigt dabei, in welcher Version ein Spielbericht vorliegt. Im Spiel 032 der Kreis Oberliga kann mit dem neuen Einzelspielbericht gearbeitet werden. Der Status des Spielberichts lautet aufgrund der Freigabe der Vereine Vereinsfreigabe. Um das Spiel zu öffnen, klickt man wie gewohnt auf das erste Icon in der Trefferliste. Danach öffnet sich der neue Einzelspielbericht separat in einem neuen Browserfenster, wie man es vom Sammelspielbericht bereits kennt. Die Darstellung der Panels verändert sich entsprechend der Größe des Endgerätes. Statt vier Panels in einer Reihe können dann auch mal 2x2 dargestellt werden oder gar alle vier untereinander. Initial befindet man sich im Tab-Reiter Info. Hier sieht man alle Informationen rund um das Spiel. Im ersten Panel werden die Wettkampfdaten des Spiels dargestellt. Vor allem die Anzahl der möglichen Ersatzspieler und der Auswechslungen können hier für den Anwender relevant sein. Im zweiten Panel befinden sich die Spieldaten. Das Spielende wird dabei anhand des Anstoßes und der Spieldauer errechnet. Der Status des Spielberichtes ist nach Betreten weiterhin Vereinsfreigabe. Panel 3 zeigt die Informationen zum Schiedsrichtergespann. Sollten sich diese aufgrund von lokalen Gegebenheiten kurzfristig geändert haben, so kann man an dieser Stelle auch einen Schiedsrichter ergänzen. Dazu klickt man auf den Button Schiedsrichter hinzufügen. Hat man die entsprechende Kenne der neuen Person parat, so kann man über diese nach dem Schiedsrichter suchen und ihn zuordnen. Kommt ein Schiedsrichter oder Assistent ohne Lizenz zu dem Gespann hinzu, so kann man ihn namentlich über Vor- und Nachnamen dem Spiel zuordnen. Im letzten Tab befinden sich die Informationen zur Spielstätte. Im zweiten Tabreiter Mannschaften sieht man zu jeder am Spiel beteiligten Mannschaft ein Untermenü. Im Sammelspielbericht waren das alle am Block oder Tag beteiligten Mannschaften. Im Einzelspielbericht sind dies natürlich Heim- und Gastmannschaft. Ob man die Aufstellung einer Mannschaft einsehen kann, erkennt man an dem kleinen grünen Pfeil in der Mitte des Untermenüs. Da beide Vereine die Aufstellungen bereits freigegeben haben, ist dies auch möglich. Nach Klick auf eine der beiden Mannschaften öffnet sich die Aufstellungsansicht. Wie man als auf das Spiel eingeteilter Schiedsrichter oder Assistent eine Aufstellung bei Bedarf korrigieren kann, zeigen wir Ihnen in einem separaten Video. Die für den Schiedsrichter in den allermeisten Fällen entscheidende Eingammelmaske ist der letzte Tabreiter Spielverlauf. Um diesen erfassen zu können, muss man auf den Button Bearbeiten im unteren Bereich klicken. Der Spielbericht ist nach Auslösen dieser Aktion im Status in Bearbeitung. Es empfiehlt sich, die Panels der Reihe nach abzuarbeiten, um keine Pflichtangaben zu vergessen. Zudem sind nach Eingabe des Ergebnisses bzw. der Spielzeit im weiteren Verlauf hinsichtlich des Zeitpunktes von Spielereignissen logische Prüfungen eingebaut. Im Panel Spielleitungen kann man Korrektoren innerhalb des Schiedsrichtergespanns vornehmen und so zum Beispiel den vorher hinzugefügten Schiedsrichter Thomas Mustermann einer der Rollen zuweisen. Im zweiten Panel Ergebnis kann man die Art des Ergebnisses sowie abhängig vom Wettbewerb, Halbzeitergebnis, Endergebnis oder Spielstände nach Verlängerung oder nach Entscheidungsschießen von der Strafstoßmarke erfassen. Die Eingabe ist entweder über die Tastatur oder mit Klick auf das Plus- und Minus-Symbol möglich. Mit der Erfassung einzelner Werte beginnen logische Prüfungen in den anderen Pflichtfeldern. Die entsprechenden Warnungen verschwinden, wenn die Validierung der Eingaben positiv verlief. Die Spielzeiten werden nach Anstoß und errechneter Endezeit vorbelegt und können bei Bedarf angepasst werden. Die Nachspielzeit der Halbzeiten kann ebenfalls wieder über Tastatur oder Klick auf die Symbole erfasst werden. Je nach Konfiguration für die Liga des Verbandes können eine oder mehrere durchgeführte Kontrollen im vierten Panel markiert werden. Die Schiedsrichterkosten sind getrennt nach Faktkosten und Späßen zu erfassen. Die Gesamtsumme ermittelt das System automatisch. Auch hier erscheinen Hinweise zu noch fehlenden Eingaben. In das Panel Bemerkungen können zusätzliche Angaben gemacht werden, die mit dem Spielbericht nicht anderweitig notiert werden können, wie zum Beispiel Verletzungen. In unserem Beispiel gab es keine zusätzlichen Bemerkungen zu erfassen. Zur Erfassung eines Wechsels klickt man auf den dafür vorgesehenen Button der Heim- oder Gastmannschaft. Anschließend klappt ein Untermenü auf. Auch hier startet sofort die Validierung der Pflichtfelder. Die Hinweise verschwinden auch hier, wenn alles korrekt hinterlegt ist. Eingewechselte bzw. ausgewechselte Spieler können in einem Auswahlmenü basierend auf der Aufstellung der Mannschaft selektiert werden. Danach ist die Eingabe der Spielmenüte des Wechsels ebenfalls wieder über Tastatur oder Klick auf die Symbole möglich. Ist alles erfolgt, kann das Untermenü wieder zugeklappt werden und der erfasste Wechsel wird übersichtlich zusammengefasst dargestellt. Für die Erfassung von persönlichen Strafen gegen Spieler klickt man ebenfalls wieder, entweder für Heim- oder Gast, den jeweiligen Button an. Auch hier öffnet sich ein Untermenü zur Erfassung. Der betroffene Spieler ist auszuwählen, ebenso wie die Spielminute, der Typ der Karte sowie der Grundteaser. Entscheidet man sich für eine nicht valide Angabe gegenüber der erfassten Spielzeit, erscheint ein Hinweis dazu. Sind alle Angaben korrekt erfolgt, verschwinden auch hier die Warnungen. Das Untermenü kann nun auch hier wieder zugeklappt werden. Zur Erfassung von Strafen gegen Team-Offizielle geht man analog zum Spieler vor. Hier bekommt man all jene Funktionäre angeboten, die auch als solche mit der Aufstellung des Vereins erfasst wurden sind. Die Validierung von Eingaben und Pflichtfeldern erfolgt so, wie wir es von den vorherigen Maßen bereits kennen. Als nächstes steht die Eingabe der Torschützen an. Hier startet direkt die Validierung gegenüber dem erfassten Ergebnis. Mit der Gestaltung des Untermenüs sowie deren Eingabemöglichkeiten und Mechanismen sind wir mittlerweile bereits aus den vorherigen Maßen bestens vertraut. Neben dem Torschützen selbst wird hier die Art des Tores sowie die Spielminute angegeben. Zur Erfassung von Vorkommnissen wählt man die Antwort auf die Frage nach Gewalthandlungen und oder Diskriminierungen aus. Bei Klick auf Ja sind die weiteren Abfragen editierbar. Falls man sich nicht sicher ist, ob bei einem Vergehen ein zu meldender Vorfall vorliegt, kann man den Link auf die abgelegte Dokumentation im unteren Bereich zurate ziehen. Nachdem alle Eingaben erfolgt sind, sollte man den Spielbericht speichern. Korrekturen kann man so lange durchführen, bis die Freigabe erfolgt ist. Dazu klickt man auf den Button Freigeben und bestätigt anschließend die Sicherheitsabfrage. Anschließend kann man als angesetzter Schiedsrichter oder Assistent mit Ausnahme der Torschützen keine Änderungen am Spielverlauf mehr vornehmen. Dies könnten dann allenfalls nur noch der Staffelleiter bzw. der Prüfer. Bei Bedarf können nun Dokumente zum Spielbericht hochgeladen werden. Auch kann der komplette Spielverlauf nun ausgedruckt werden. Dazu klickt man auf den Button Drucken unterhalb der erfassten Spielereignisse. Kontrolliert man im Tab Reiter Info den Status des Spielberichtes, so wird man diesen in Schiedsrichterfreigabe vorfinden. In dem aktuellen Video haben wir Ihnen gezeigt, wie man als Schiedsrichter den Spielverlauf nach dem Spiel erfasst. Der Status des Spielberichtes lautet während der Eingaben in Bearbeitung und nach der Bearbeitung Schiedsrichterfreigabe. Im weiteren Verlauf können Staffelleiter oder Prüfer alle Eingaben im Spielbericht prüfen und weitere Prozesse auslösen. Der Einzelspielbericht wird in der Folge stetig verbessert und mit weiteren Funktionalitäten ergänzt, so dass dieses Video möglicherweise von der aktuellen Version der Software bereits abweichen kann.